hallo ihr lieben ich möchte euch heute drei wirklich traumhaft schöne bilder zeigen von diy shoes ich sag euch ich bin so begeistert die qualität die pixelung ist so mega toll so viel zu verraten das sind disney bilder und die gucken uns jetzt gleich mal an hier ist irgendwie ein schiffchen rausgefallen ich hatte mir die natürlich schon angeguckt und ich bin wirklich echt so mega doll begeistert wir gucken uns mal zuerst die beiden kleineren an ihr seht schon da haben wir den donald so sind echt wirklich doll begeistert guckt euch das an die pixelung ist so wahnsinn wir haben ja ein bild in 30 x 50 also auch finde ich ein schönes maß es geht halt ein bisschen in die länge wir haben hier runde stein übrigens 23 farben und guck mal wie toll das einfach aussieht das ist nicht cool gehen wir schon höher damit alles richtig seht moment hier oben haben wir pluto und daisy und dann haben wir mickey maus pluto und donald ja einfach nur mega finde ich ja das bild hat wie gesagt runde steinchen und 30 x 50 dann gucken wir uns mal das nächste disney bild an wir haben natürlich auch ein toolkit dabei so gucken wir mal dass das auch richtig toll das ist auch ein disney bild ich glaube das ist auch 30 50 oder 30 60 sogar 30 mal 50 aber ja auch und guck mal wie geil das ist so cool da haben wir mickey und hier oben in bund steht denn disney und im hintergrund seht ihr ja haben wir mickey maus noch mal so in in schwarz weißen ja finde ich total interessant so den hintergrund schwarz weiß mit mickey hier ist der kopf und mickey und hier in farbe auch hier unten besteine 22 farben und auch echt eine total tolle und jetzt kommt noch ein disney bild und zwar ein weihnachtliches und das ist auch richtig 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 toll begeistert also begeistert als ich das ausgepackt habe das ist auch größer mit ab nee quatsch nicht mit ab was erzähle ich da ich weiß weil ich irritiert wegen der a8 nein das ist ohne ab das ist nicht mit ab und guckt mal können wir darüber reden wie geil bitte die qualität ist das ist der oberhammer das bild ist 60 mal 50 also wirklich was größer die qualität ist so genial gut hier mickey und mini so obersüß ist das nicht obersüß ich bin so begeistert hier haben wir 23 haben und auch unter steinchen guck doch mal süß oder ich finde das wirklich so so schön ja meine lieben das sind die drei bilder von diy schuss und die links habe ich euch wie immer in die video beschreibung disney bild 1 hier haben wir das disney bild ich bin total begeistert absolut begeistert und hier haben wir das so wie gesagt schaut in die video beschreibung ich habe euch die links rein und ja ich kann nur sagen absolut geil schaut unbedingt mal rein bis dahin bei 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 bei